Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neue interessante Aussagen von Ernst Wolf. Dabei erklärt der Autor unter anderem, welche neuen Entwicklungen gerade beim digitalen Zentralbankgeld stattfinden und welche Auswirkungen diese neuen Währungen auf unser Leben haben werden. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Ernst Wolf im Detail traf und welche dramatischen Gefahren er sieht, dann bleibt unbedingt dran. Zu Beginn diesen Jahres hielt Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, einen Vortrag, in dem er ausführlich erläuterte, warum die Wirtschaft unbedingt einen digitalen Euro benötigt und welche Vorteile es für die Gesellschaft hätte. Neben der Erhöhung der Effizienz im Zahlungsverkehr, sieht er auch als Ziel eine einheitliche europaweite Bezahllösung für die Ladenkassen zu entwickeln. Und nicht zuletzt betonte Balz noch einmal, was Politiker und Fürsprecher der digitalen Währungen bereits gebetsmühlenartig wiederholen. Man wolle das Bargeld nicht abschaffen, sondern nur die bereits vorhandenen Zahlungslösungen erweitern. Der digitale Euro solle viel mehr als eine zusätzliche europäische Option angesehen werden. Die Agenda wird zumindest in den vergangenen Monaten ganz klar vermittelt, denn immer häufiger berichten unsere Medien über die Einführung digitaler Währungen. Schnell, modern, hygienisch und sicher gegen Kriminalität und Geldwäsche sind oft die gewählten Worte. Seit Jahren möchte uns so Politik und Medien die Vorteile einer bargeldlosen Bezahlung schmackhaft machen. Man sagt zwar, dass man Bargeld nicht abschaffen wolle, dennoch wird zeitgleich die Bargeldzahlung immer weiter eingeschränkt. Ebenfalls für jeden sichtbar, das Filialsterben der Banken, so vergeht kaum noch ein Monat, wo nicht irgendwo Filialen geschlossen werden. Auch Finanzminister Christian Lindner forderte erst Ende letzten Jahres die schnelle Einführung einer Zentralbankwährung. Zugleich plädierte Lindner dafür, dass Europa bei der Einführung einer digitalen Währung als Beispiel vorangehen solle. Lindner schrieb dazu, die Einführung eines digitalen Euro sollten wir für einen großen Innovationssprung nutzen. Digitales Bargeld kann unseren Alltag leichter machen und ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft sein, ein Selbstläufer ist das aber nicht, so der Finanzminister auf Twitter. Doch diese digitalen Währungen bedeuten für uns, dass wir alle, alle Durchschnittsbürger der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmen und Konzerne ein Konto bei der Zentralbank haben. Es gibt allerdings auch Leute, die vor einer digitalen Zentralbankwährung vehement warnen, wie der Autor Ernst Wolf. Er fasste dazu im Detail Folgendes zusammen. Zitat. Die Amerikaner haben mit einem Großversuch begonnen, und zwar zwischen der Zentralbank der USA und den Großbanken. Da wird im Moment die sogenannte Wholesale-CBDC getestet. Es ist übrigens ganz interessant, dass es zwei Arten von digitalen Zentralbanken geben wird, für die es noch nicht mal deutsche Namen gibt im Moment. Es soll eine Währung geben, die nur zwischen den Banken und den Finanzinstituten, also den Versicherungen und der Zentralbank gehandelt wird. Und dann soll es eine zweite digitale Zentralbankgeldwährung geben, die für kleine Unternehmen und für den normalen Bürger gilt. Also das wird das erste Zweiklassengeld sein, das es jemals gegeben hat. Das ist natürlich ein historischer Einschnitt von nicht zu unterschätzender Macht. Zitat Ende. Schon mehrmals betonte Wolf dabei, dass wir uns in einer Phase der kontinuierlichen und zunehmenden Geldentwertung befinden, die nun das aktuelle System zum Ende bringen wird. In Folge kämen der EZB neue Instrumente für ihre Geldpolitik sehr gelegen, da ihre geldpolitischen Instrumente zum aktuellen Zeitpunkt weitgehend ausgeschöpft sind. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang zumindest, dass die Zentralbanken mit Einführung von digitalen Währungen die Bevölkerung bei allem vollständig kontrollieren können. Denn mit Einführung kann die EZB direkt den Konsum der Verbraucher und somit die Entwicklung der Konjunktur steuern. Neben der Überwachung jedes Einzelnen könnte eine rein bargeldlose Zahlung vor allem ärmere Menschen hart treffen. Gerade wenn beispielsweise für jede Transaktion eine Gebühr erhoben wird, kann es teuer werden. Ebenfalls bestünde auch die Möglichkeit neue Steuern oder zusätzliche Gebühren durchzusetzen. Steht Geld nur noch in digitaler Form zur Verfügung, kann es nicht einfach aus dem System genommen werden. Wir haben dann sprichwörtlich keine Verfügungsgewalt mehr über unser eigenes Geld. Ernst Wolf sagte dazu folgendes. Zitat. Also bei dem digitalen Zentralbankgeld wird es dann so sein, dass das Geld zweckgebunden sein wird. Das heißt du kannst von dem Geld Lebensmittel kaufen, du darfst aber keine Möbel kaufen, und dann kann das Geld an ein Ablaufdatum gebunden sein. Das heißt möglicherweise ist das Geld nur vom 1. bis zum 30. gültig. Dann kann es aber auch an eine Strafe gebunden sein. Das heißt wenn ich meine Miete nicht bezahlt habe, dann ist das Geld weniger wert. Da gibt es alle Möglichkeiten, also diese Möglichkeiten sind ganz langsam eröffnet worden. Zitat Ende. Schaut man sich die aktuelle Situation genauer an, sieht man tatsächlich ganz deutlich, dass immer weitere Schritte gegen das Bargeld unternommen werden, und wir uns an einem entscheidenden Punkt befinden. So hört man beispielsweise von mehr und mehr Geschäften hierzulande, dass man nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Ernst Wolf fasste hierzu folgendes zusammen. Zitat. Ich habe gerade von einem Freund aus Australien gehört, dass es da so weit ist, dass man an der Kasse wenn man einen Bon haben will, diesen Bon nicht mehr in Papierform bekommt, sondern nur noch auf sein Handy gespielt bekommt, und zwar über das Konto der eigenen Bank. Da wird die Bank selbst bei der Dokumentation der Zahlungen eingeschaltet. Das ist eine Entwicklung, die man nur dadurch verhindern kann, dass man sich selbst dem entzieht. Aber das wird auf Dauer wahrscheinlich nichts nützen, weil die ganzen Jugendlichen, gerade die junge Generation, ja so sehr stolz darauf ist, dass sie mit der Zeit geht, und die denken, dass das Bargeldzahlen irgendetwas ist, was man früher im Mittelalter gemacht hat. Also da denke ich, da müssen wir einfach mit der Aufklärung immer weitermachen. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Wird man das Bargeld komplett abschaffen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020